Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Max Edition. Ja, wir fangen jetzt an mit der... Äh, wie hieß die Insel nochmal? Schwanzlutscherinsel. Ja, genau. Dies ist die geplante Einschrittwiese. Es war geplant, dass jeden Schritt ein Pokémon nicht eingrappt hat. Nee, leider ging das irgendwie nicht, aber es kommen schon ziemlich viele Pokémon hier zum Vorschein. Der Legende nach liegt unten wohl ein richtig cooler Schatz. Dann gucken wir mal, was da ist. Was ist das denn für ein Weimar, ey? Ja, Kaima, Weimar, ja, 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 ja. So ist das, so ist das. Aber hier könnte man gut trainieren, oder? Ne, 16 Punkte, das ist nicht... Das ist gerade nicht sehr gut, das ist nämlich ein Röpseffekt. Einen wunderschönen Röpseffekt. Da liegt ein Schatz. Oh, ein Bonus-Bonεν-V15 wieder. Sehr gut. T-t-t-t-t-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Gibt's irgendwas in den Stein? Oh, meine Darse juckt. Oh, guck doch schon mal an, wie viel hier ist so ein Trainer. Ach Mensch, bist du neu hier? Ja, bin ich. Der Steven. Dum, 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 dum. Käferfurt. Okay, das sieht mir nach einem Pflanzen-Pokémon aus. Was? Alter. BTF. Boah, das finde ich aber nicht gut, der ist ganz schön stark. Alter, Verwalter. 225, ja. Versucht von Drache 8. Ja, welchen soll ich? Drache 5, ne? Eieiei, wir werden immer stärker hier. So, und die Skizze kriegt jetzt ordentlich mal wieder Level-Ups hier. Wodka Smash. Ne, wir bleiben mal drin. Hört sich nach einem Wasser-Pokémon an. Nein, nach einem Eis-Pokémon. Fuck. Okay, da können wir Kopf voll einsetzen eigentlich für. Der braucht voll lange, bis der tot ist, ey. Los, Kopf voll. Setze Feuer 8 ein. Oh, er ist paralysiert. Cool. Wat? Alter. Ofen und tot. Ofen, 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 tot. Alles tot, tot, tot. So, Skizze. Kopf voll kriegt wahrscheinlich nur zwei Level auch, ne? Ja. Unglaublich. Nun denn. Oh Gott. Geil, ey. Kraft 2. Boah, ich hätte jetzt gedacht, das ist da noch ein Item. So ein Rülps-Effekt. Was? Oh, oh, Schutz ist erloschen. Nein. Willkommen in der Markes-Klauen-Wassertage. Boah. Ich hätte gedacht, wir kriegen hier Schutz ohne Ende. Und dann kommen wir nur so Kacke hier. Wenigstens werden wir hier... Ah, nee, ich sollte nicht rennen. Gut, hier gibt es schon mal nix. Döp, dödöp, döp, 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 döp. Hallo. Weißt du schon das Neueste? Das Alte wird gepflegt. Hä? Muss man das jetzt verstehen. Der Harald. Gelutscht der Harald. Boah. TV. Krass. Jawohl. Geil. Dann hat sich doch mal gelohnt. Unsere Skizze kriegt auch wieder ein bisschen hier. Käferfurz. Jawohl. Kopfhäul kommt dafür. Weil jetzt kann man ja schon so ein bisschen ahnen, was so kommen für Pokémon. Und ich setze einfach mal einen Ofen ein. Extra Schutz. Ach so, sowas wie Bodyguard. Aber unser Kopfhäul ist, was ich, keine Ahnung, wie das aussieht nach irgendwas, I don't know, keine Ahnung. Die, 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 die. Suche Stufe 108. Gorkzilla. Ach, das war doch dieses Elektro-Fieder, ne? Bleiben wir doch einfach mal drinnen und probieren einfach was aus. Gedisst. Kopfhör wurde paralysiert. Gucken wir mal in Drache 7. Controller. Ja. Ne, nicht tot. Okay, nochmal in den Ofen. Nein! Noch ein Ofen! Ei! Ach der! Was war das? Ich hab keine Ahnung, was das jetzt war. Voll verwirrt gewesen. Egal. Wir haben den besiegt. Genius. Oh, ich hab einen mehr richtig gekriegt. Genius. Der Anwender denkt so klug nach, dass er seinen Spät... Ah, okay, ne. Genius brauchen wir nicht. 84. Der Gegner wurde zwar warm, sondern bist du wohl mit Perol gewaschen. Aha. Nun denn. Deh, 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 deh. Oh Gott. Da ist ein zermalmter Stein. Also gibt's hier nur diese Furze hier, oder wat? Du bist schnell weggerannt. Nichts. Was für leer denn da? Ein Maultritt. Was sind das für Pokémon? Hey du, hier auf der S-Insel hast du die Verwandlung für Kopfholt zu fangen. Es gibt insgesamt vier Stück, außerdem wegen Diffusionsblöcke für die Verwandlung auch hier auf der Insel irgendwo versteckt. Hey, hey, soll ja nicht alles so leicht sein. Okay. Rülpseffekt. Ja, jetzt können wir wenigstens ein bisschen rennen. Beutel, Rülpseffekt. Wo ist denn hier, was? Ist das noch ein Rülpseffekt? Ein Sänger. Oh, was ist denn da? Da liegt etwas im Gras. Da scheint dort ein... Ich will einfach mal Fusionsblock 2. Aha. Rülpseffekt. Ich gehe jetzt erstmal hier so durch. Guck, was ich hier so finde. Rülpseffekt. Boah, was eine Kackrute hier, ey. So viel. Hier komme ich erst durch, wenn ich dem irgendwas gebe. Kacker. Riechen wir da wie Kacke. Ja. Rülpseffekt. Na, wie gefällt dir die Insel? Ja, es geht, ne? Es geht. Der Dustin. Hat einen Wodka-Smash. Oh Gott. Und tot. Ne, okay, fast. Mal gucken, wie unsere Drache erachtet. Der ist schneller und tot. Eishieb, Alter. Der kann das oder regt. Das dauert es wieder 100 Jahre, bis der runter geht. Boing. Ach ja. Kopf voll muss das dann wieder machen. So, Kopf voll. Ofen. Schoko-Eis. What the fuck? Schoko-Eis. So, Skizze 86. Bergs, wat? Bergslar. Ist das gut? Nein. Ah, nur sowas, ey. Ein Level oder zwei? Na gut. Toll. So, jetzt muss ich wieder was gehen. Ah, Skizze entwickelt sich. Uuuuh. Zu. Jetzt haben wir ja da. Komm. Mach ihn. Toll. Sieht doch wieder gleich aus. Toll. So eine Zeichnung, ey. Oh Gott. Hey, ja. Boah, wenn man da alles... ...blasen muss. Hey, du. Ich habe einen Mords Hunger auf den Schnittlauch. Mir genügt auch nur ein bisschen. Und ich wäre pappsat. Bring mir bitte Schnittlauch. Was wollen die mit Schnittlauch, Alter? Du siehst ja süß aus. Ja, dankeschön. Der Cedric. Die alte Socke. Wer hat der denn einen Maultritt? Was hast du denn für eine Schwäche, lieber Maultritt? Gar keine, weil ich dich gewonnen im Schnittlauch. Köh. Hö, hö. Hm, 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 hm. Level 100. So, Zeichnung ist jetzt schon auf 90. So schnell geht das. So schnell. So schnell. Ach ja, ich darf ja... Wieder lutschen, lutschen, lutsch. Ah, mal gucken, ob wir es nie haben. Ein Röpse-Effekt. Röpse-Effekt. Dö, 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 dö. Bei dem waren wir schon. Schon, schon, schon. Was haben wir hier? Ein Röpse-Effekt. Ja, jetzt können wir hier eigentlich gelassen chillen und alles untersuchen. Röpse-Effekt. Was ist denn hier? Irgendwas versteckt? Wenn hier doch diese Fusionsblöcke sind. Wo sind sie denn dann? Wir haben jetzt gefunden. Röpse-Effekt. Auf der... Hier auf der... Auf der... Auf der Wiese oder überall? Ah, der Penisberg. Ich mache Mittagspause hier auf dem Penisberg. Ja. So, komm mal her. Meine Oma fährt im Himmelstein-Motorrad. Yeah, yeah, yeah. Gelutschter Endort. BTF, ey. So, Drache 8. Das zieht ja schon viel ab, ne? Muss ich ja schon sagen. So, 101. 102. Zeichnung versucht Boden 8 zu erlernen. Jawohl. Boden 6. Komm, schneller. So, 92 und... Wodka-Smash. Das ist doch wieder hier. Das Wasser-Pup-Vieh. Eis-Vieh. Da könnte unsere Zeichnung mal zeigen, was da drauf hat. Stein war das, ne? Sehr effektiv auf Eis. Bin mal gespannt. Gestein. Was sind wir denn für ein Typ, ey? Das war ja wohl nix. Ja, komm, kopfvoll. Unsere Fehlgeburt ist auch noch da, ey. Eis 8. Ofen. Wir sind immer noch nicht stark genug. Eisrettung. WTF. Fehlgeburt. Du schaffst das, Fehlgeburt. Der Gegner ist ne lusche, tötet ihn in Fehlgeburt. Mit nem Wassersauger. Boah, guck mal, überhaupt nicht effektiv und so viel. Aber wir haben's geschafft. Wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn besiegt. Das ist super. Boah, 422. Heftig. Den, 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 den. Los geht's. Immer diese Musik, die da kommt, ne? Ist das... Ich find das lustig. Rips-Effekt. Boah, ey. Wir müssen nur so viel finden. Da ist noch was. Da liegt ja etwas im Schlamm. Das scheint dort ewig zu liegen. Spiel doch folgendes. Versionsblock 1. Okay. Hier ist noch ein Rips-Effekt. Ist hier noch irgendwo was? Den haben wir schon besiegt, ne? Jo. Ein Rips-Effekt. Und ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge hier weiter. Haut da rein. Tschüss.